Drei erst. Wir haben komplett überschluss gemacht. Conor! Conor! Conor, guck mal! Guck mal, das ist doch dumm! Wenn ich nicht so will, ich hier drauf sitze. Da ist ein Koffer, da sind ganz große Sachen drin. Conor, versuch meine Gingaufgaben. Nee, du schaffst. Hier! Conor! Demi! Bleib da! Bleib auf der Mathe! Conor! Conor, Conor! Ja! Hallo! Hi! Das ist doch so satt, du kannst den ganz schlecht wieder runter. Ja! Der ist doch so sattig! Ja! Soll es nicht ... Was ist das zu schattig lassen? Was ist das? Was ist das zu schattig lassen? Was ist das hier? Es ist da, was ich hier. Wunsch. Ich bin mal, ich bin! Oh! Was ist das? Ja! Schuss, Schuss, Schuss! Conor, das fällst du? Ja, das fällst du auch mal. Fällst du Conor unten? Conor, du musst das auch so machen. Conor, guck mal, das geht so unten. Hier, oder? So, ja, und dann? Hier, und dann? So, und dann? Ja, hier, und dann? Ja, hier, und dann? Ich hab's verschlagen. Und dann? Dann? WOH! 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 Vielen Dank.